Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal und willkommen zum 100 Abonnenten Special. Ja, letzte Woche Sonntag war es dann soweit. 100 Abonnenten, ich bin immer noch ganz überrascht, ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ja, ein Jahr und neun Monate hat es jetzt gedauert und inzwischen habe ich auch schon 104 Abonnenten. Ja, die letzten, die ersten Änderungen habt ihr schon gesehen. Kanalbild und Kanalbanner habe ich einmal überarbeitet und ich finde es sieht viel besser aus als vorher. Ja, dazu kommen jetzt noch kleinere weitere Änderungen, einmal das Intro und Outro. Ja, die habe ich noch mal überarbeitet oder genau gesagt neu gemacht und das wendet ihr auch gleich sehen. Ich werde nämlich ein Video bearbeiten, ein SFS Video und ich möchte euch einfach zeigen, wie ich das so gemacht habe. Vorher gehen wir noch mal kurz zu den Videos rüber. Ja, ihr seht eine Menge Aufrufzahlen. Hier zum Beispiel Bau der Raumstation, SFS. 66 Aufrufe. Generell SFS ist immer ziemlich gut gewesen. Zwischendurch auch mal SimCity Builder. Habe ich in letzter Zeit nicht so viel aufgenommen. Es gab halt einfach nicht viel zu erzählen. Auf jeden Fall auch viele Aufrufe. Dann Stick War auch dazwischen noch ein bisschen. Auch einige Aufrufe und ja, Clash of Clans fürs Erste beendet, weil es einfach überhaupt keine Aufrufe gibt und das mir auch keinen Spaß macht. Gehen wir weiter zurück. Da gibt es immer noch sehr viele Aufrufe, auch bei SFS. Hier zum Beispiel der Rettungsturm 105. Und der Beginn einer Ära, 615 Aufrufe. Das ist natürlich eine ganze Menge. Und je weiter wir runter gehen, ja, desto weniger wird es halt. Aber es gibt dann auch hin und wieder so ein paar Videos, die wieder viele Aufrufe bekommen hier. Der Mars Rover, den ich mal gebaut habe, ist schon eine Weile her. Und ja, ganz weit unten. Da gibt es dann natürlich so ein paar Videos, ja, die mehr oder weniger Zufall waren. Die waren nicht so geplant. Ja, hier nochmal SimCity Builder, ganz viele Aufrufe. Und wieder Stick War. Wir nähern uns langsam dem Ende. Da zum Beispiel habe viel Geld. 3500 Aufrufe. Und auch die Saturn 5. 1000 Aufrufe. Also es ist ganz schön, ganz schön viel. Hier viel Geld auf Dauer verdienen. Fast 13.200 Aufrufe. Ja gut, das Video ist jetzt fast zwei Jahre alt. Und ich hatte selber nicht so viel Ahnung vom Spiel. Deshalb lassen wir das einfach mal außen vor. Auf jeden Fall vielen Dank, Leute, dass ihr so viele meiner Videos geguckt habt. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir rüber zum Video Editor und ich zeige euch, was ich machen werde. Da bin ich im Video Editor bei Video Guru. Gleich mal ein neues Video machen. Ja, das ist ein SFS-Video. Der zweite Teil der Raumstation. Und machen wir das mal zuerst. Ja, ich habe das auch neu gemacht. Dann hier Intro. Dann gehen wir hier einfach mal die Reihe einfach durch. Weil ich das natürlich alles nacheinander aufgenommen habe. Ist ja auch irgendwie logisch. Und zu guter Letzt das Outro. Auch neu. Ja. Knapp 50% meiner Zuschauer sind noch keine Abonnenten. Und hier fehlt irgendwie das Intro. Moment. Intro. Komm her. Da. Intro. Neues Intro. Werdet ihr. Äh, habe ich schon gesehen. Und irgendwie stimmt da was nicht. Moment. Was ist hier los? Warum ist das? Achso, warte mal. Das da muss nach ganz vorne. So. Jetzt denke ich, ist alles in Ordnung. Ja, sollte sein. So, da müssen wir natürlich hier wieder die Lautstärke runterstellen. Vielleicht habt ihr es schon in ein paar Videos gemerkt. Ähm, mir ist es auf jeden Fall viel zu laut vorgekommen. Dann gehen wir hier weiter durchs Video. Die Bausequenz werde ich einfach so lassen. Äh, das ist übrigens ein Kommentarvideo. Das zweite seiner Art. Auf jeden Fall werdet ihr das Video natürlich sehen. So, dann beginnt hier der Flugteil. Das heißt, Geschwindigkeit auf 2. Hier dann auch. Moment, was ist, was beginnt hier? Keine Ahnung. Geschwindigkeit auf 2. Ah, hier sind wir schon im Erdorbit. Da habe ich einmal kurz gespeichert. Und hier waren wir gerade beim Andocken. Oder? Ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht, wo ich im Video gerade bin. Jedenfalls denke ich, dass es alles so seine Richtigkeit hat. Weil hier gibt es schon so ein Stückchen vom Andocken, worum auch immer. Ähm, ja, das Vorschaubild lädt gerade nicht. Ähm, muss ich nochmal gleich nachgucken. So, dann hier nochmal Geschwindigkeit auf 2. Auch weiter durchgehen. Da haben wir nochmal eine Andocksequenz. Moment. Moment, das muss ich gleich nochmal überprüfen. Ich muss sowieso noch die Stimme drauf sprechen. Dann beginnt hier wieder zweifache Geschwindigkeit. Das war auf, ja, das war schon auf zweifache Geschwindigkeit. Da sind wir jetzt gelandet. Und hier beginnt dann das Outro auch ein Stückchen leiser machen. Das werdet ihr jetzt gleich nach der Folge, äh, nach dem Video hier sehen. Das ist eigentlich ein ganz simples. So, dann muss ich jetzt nochmal kurz nachgucken, also. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe inzwischen die Tonspur hinzugefügt. Äh, jetzt heißt es eigentlich nur noch einmal verarbeiten lassen und ein Thumbnail erstellen. Das Thumbnail, ja, da nutze ich meistens ein Bild von dem, was ich halt gemacht habe. Deshalb gehe ich jetzt gleich in SFS rüber und nehme mir ein Bild davon. Also, da bin ich jetzt in der Bildbearbeitung. Leider gibt es noch nicht sowas wie einen Fotomodus für SFS. Deshalb muss ich die Bilder leider sehr stark zuschneiden. Ähm, verregert natürlich auch die Qualität der Bilder. Kann ich aber leider nicht ändern. So, ich würde sagen, lassen wir das so. Ähm, ja, lassen wir es so. Fügen natürlich jetzt noch einen Text hinzu. Zum Beispiel Raum, Station, Part 2, Doppelpunkt. Machen das hier hin und ich sehe da gerade was, was mich ein bisschen stört. Deshalb bearbeite ich das noch ein Stück. So, und dann bringe ich das hier bis zum Rand. Noch eins, vielleicht Fortschritte. Ja, das ist ein guter Name. Noch ein bisschen kleiner, schräg machen. Und fertig. Speichern. Und da haben wir das Bild. Ähm, ja. Ich war gerade verwundert wegen dem Icon da rechts. Also Leute, das war's mit dem Video. Mit dem 100 Abonnenten Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Abonnenten Special wieder. Und tschüss. Bis zum nächsten Abonnenten. 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 Vielen Dank.